Der Prototyp Ruhepotter, er ist in einer Beziehung mit seinem Auto. Selbst wie bei Facebook steht, in einer Beziehung mit BMW. Man sagt nicht umsonst, mach keine Faxen mit Leuten aus dem Pott. Und so sieht ihr Lächeln aus. Und wenn sie reden, hört sich so an. Dat, wat? Sag mal. Und so hört sich ein ganzer Satz an. Was ist denn los mit dir? Und wenn sie Autofahren, haben sie meist gute Laune. Wie hat die Straße dein Vater? Wenn der Ruhepotter in seinem Bezirk rumläuft, läuft er wie ein Türsteher in Zeitlupe, eine Mischung aus Leonidas und Son Goku. Wenn der Ruhepotter Auto fährt, dann muss sein Ellbogen aus dem Auto rausgucken, sein Ellbogen ist immer angespitzt. Und der Ruhepotter supportet seine eigene Musik. Wenn einer aus dem Ruhepotter Musik macht, dann hört es jeder Ruhepotter. Und entweder du bist Schalke oder BVB-Fan und Bayern wird gehasst. Und wenn du nicht aus dem Pott kommst und mit deinem Ruhepotter redest, kann es sein, dass du ihn falsch verstehst. Krass, Alter. Ich bin komplett gestresst hier im Laden, Alter. Was denn für ein Laden? Den Laden hier, Alter. Dann sag doch Auto, Mann. Ist doch kein Laden, Mann. Oder kann man hier einkaufen? Warum sind die so aggressiv, die aus dem Ruhepot, Mann? Sie sind nicht aggressiv, sie sind nur direkt. Provozier sie einfach nicht. Ruhepotter sind die herzlichsten Menschen. Was ist das denn? Der Berry. Mensch, Eugen, komm mal her, Mann. Und was essen die Leute aus dem Pott am liebsten? Komm, es können wir uns rotweißen. Was macht den Ruhepot so einzigartig? Sie halten zusammen. Auch wenn sich manchmal manche Ruhepotter mit den anderen Ruhepottern nicht verstehen. Am Ende des Tages können sie aufeinander zählen. Das macht sie einzigartig. Ich hab den Prototyp Ruhepotter gemacht, weil viele Leute wollten unbedingt jetzt, dass ich Städte als Prototyp mache. Auf welche Stadt hättet ihr als nächstes los, Leute? Ich war hier unterwegs, deswegen dachte ich, ich mach mal den Ruhepotter, wenn ich schon mit Ruhepotter-Jungs bin. Deswegen einfach kommentieren, Leute, und ich bin gespannt, worauf ihr als nächstes los habt. Peace, Leute, mach's gut.